Fairness, Ausgewogenheit und Neutralität – für die ORF-Verantwortlichen offenbar Fremdworte. Man konzentriert sich lieber auf eine Anti-FPÖ-Berichterstattung. Bereits seit Jahren fordert die FPÖ eine Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren. Wer das Programm im ORF noch sehen will, soll dafür zahlen, wer nicht, soll von Zahlungen endlich verschont bleiben. Weg mit den ORF-Zwangsgebühren heißt es auch von FPÖ-Clubobmann Herbert Kickl.